ARD Text im Auftrag des ZDF Ich mag meine Mutter. Sie ist nicht so wie andere Mütter. Meine Mutter spielt viel Tennis. Auch mit einer Flasche Wodka in Dusk hat sie noch die Vereinsmeisterschaften gewonnen. Psycho! Danke, es reicht. Wir haben einen neuen Mitschüler. Sein Name ist André Chica. Check. Ist der geklaut? Nein, ist nur geliehen. Stell dich nachher wieder zurück. Ich bin jetzt in den Knast, du Arbus. Ich bin erst 14, man. Ich strafe mir nicht einmal mit 15. Mit 14 bist du auf jeden Fall strafmäßig. Ich dachte, mit 15. Mit 14. Das ist geil, Alter. Wie alt seid ihr denn hier oben? Scheiße! Du hast Konservendosen mitgenommen, aber keinen Öffner? Was sagst du denn dabei? Tiefgewitze. Hast du auch in Rumpfen gedacht? Ohne Sinn. Wie alt seid ihr? Wie alt seid ihr? Wie alt seid ihr? Wie alt seid ihr? Wo wollt ihr eigentlich hin? In die Wallachai. Das ist genau meine Richtung. Bist du schon mal gefickt? Was? Wahnsinn. Ah. Kommunikation. Stille bleiben hab ich gesagt. Waaah. Kevin Korani. Du siehst aus wie ein 14-jähriger mit Isulae-Wart in der Frache. So ist gut. Können wir einfach ein anderes Auto klauen? Ich kündige jedes Mal, wenn Sprit da ist, ein neues Auto klauen.